ich habe keine ahnung 3 3 back ich habe noch nie was mit ray tracing am hut gehabt und die 30er grafikkarten habe ich bis jetzt nur auf papier gesehen und da seien sie sehr gut aus das einzige was mir ein bisschen sorgmacht bei der 30er serie ist dass treiber noch relativ instabil ist aber sind aber das ist halt early adopter ist ja die polizei direkt vor unsere haustür hör auf du machst mich nervös wenn du mit dem ding spielst tschuldigung mir geht nur eine menge durch den kopf ach ja dachte da oben der gar nicht so viel platz durch ruhig tot glaubt wohl ich hätte keine pläne gedacht große pläne ach ja aus damit woran arbeitest du tja spiel mit dem gedanken eine bank in der stadt auszurauben eine bank überfallen klar ich beobachte den laden seit monaten habe alles genau geplant ich brauche nur ein paar männer die mir den rücken frei halten ein banküberfall ist etwas zu groß für uns wir beklauen doch auch die verkackten fels oder wo ist der unterschied jahre ist der verdammte unterschied du schwach kopf der don wollte diese zigarren haben ein banküberfall segnet er nie ab muss er ja nicht wissen muss er ja nicht wissen du willst den don hintergehen nein nicht wirklich wir können ihm ja nach den dingen teil abgeben er wird sauer sein aber nur bis er seinen anteil hat ich weiß nicht pauli ja ich weiß auch nicht tu was du willst ich werde nichts sagen ich habe dir viel zu verdanken aber wenn salieri herausfindet dass du hinter seinem rücken arbeitest landest du neben morello keine beute der welt ist das wert er hat recht pauli fragt den don oder vergiss es ja ja ist ja nur ein kleiner traum wach auf wir sind da Tom du nimmst die karre suche nen zolllaster und triff uns beim zolldepot wir holen das restliche zeug gut bist du bei der sache ernst wie ein priester genau das habe ich jetzt alles klar die laufen nicht so rund also es war schöner wie soll ich sagen es wurde sehr viel wein gepredigt und wir haben am ende wasser gekriegt also erstmal noch kopf pokopf dodge kopf Valor ist ja auch mehr semi gut ich muss dir ganz ehrlich sagen ich weiß nicht was gerade die aufgabe ist was soll ich denn jetzt machen irgendwie habe ich gerade was verpasst also was ich ja super einladen könnte ist ja das hier aber das wird nicht so eigentlich lgb ich weiß nicht da ist es schreibt da ist es schreibt da ist es schreibt da ist eine lampe da ist eine lampe hier ist eine lampe da ist eine lampe da sind zwei lampen ich bin eigentlich nicht so der rgb typ das kann ich auch lesen wenn bei dass ich das stehlen finden stehen soll aber wo ist denn wo steht der lkw vom zoll hallo ja ich rede mit dir genau hallo sag mal zei lkw ja ich die ja ist das? ist das? ist das? ist das? Ja, klar, hallo. Ich bin kein Gamer, der Herausforderungen sucht. Ich will einfach nur... Weißt du, ich verwerte Content von anderen Leuten. Guck mir den an und quassel da drüber. Erwartest du von mir jetzt gamingtechnisch Höchstleistung? Ups. Oh, nee. Unfall gemeldet. Fahrer ist geflüchtet. Nein. Nein. Ja, er wurde gesichtet. Schnappt die Leuchung. Nein, 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 nein. Ich muss mich kurz verstecken. Wir haben ihn irgendwo im WorkSporter verloren. Bleibt in Alarmbereitschaft. Bist du RGB oder smoother Rainbow Effect Typ? Ich bin ein Fan von Farblehre. So zum Beispiel Cyan und Orange passen. Orange und Teal passen sehr gut zusammen. Das ist mein Ding. Hast du voll, Kasper? Alman, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. Non-RGB ist das einzig wahre. Finde ich nicht. Aber das ist ja auch dir überlassen. Mach doch was du willst. Park dort drüben, Tom. Oh, hier jetzt? Ja. Wo ist meine Uniform? Ist nachher. Mehr haben wir nicht, Kumpel. Der Monats-Counter steigt und steigt. Aber ich komme hier nicht weg. Danke, Dicey, für die gute Unterhaltung. Na klar, mach Platz. Sehr gerne. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Twitch Prime ist in der Rücken. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Schau mal. Los. Haben wir hier einen Prime-Nest, oder was? Ist ja gut. Flucht. Haben wir hier einen Prime-Nest? Dankeschön, Dicey, jetzt hast du 29 und mach Blatt ein Stück für 14. Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarne herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Hast du die Papiere? Im Handschuhfachen. Was war was? Hier, bitte. Was? 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 Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Geil, da springe ich gleich raus. Dann lock ich erst mal richtig schön eins vor den Latz. Kommt dich da. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Wir sind alle neu. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Okay Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun Zigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, den 23. Ja, nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Wenn ich alle schieße. Hä, warum muss ich denn? Warum muss ich denn diesen ganzen Weg wieder zurückgehen? Was ist das schon wieder für ein... Feels like Hitman, man. Die Fans schieben heute Nacht Überstunden. Oh oh. Da war ich noch so ein Licht. Schleichen kann er. Oh oh. Die meiste Zeit steht man nur rum. Wartet, dass etwas passiert. Hab ihn geil voll. Wir haben Gesellschaft. Was? Sübig, moinsen. Was? Was hat das denn schon wieder für ein Scheiß hier, du? Warte mal. Wir werden heute Nacht Überstunden. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, dass Feen am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in einer Woche. Ab ihn geil voll. What? What? Yeah. Auf einmal haben sie halt voll die Adleraugen. Weißt du, vorhin stehst du unter 500 Officers unter der Brücke mit dem Auto und auf einmal... Na 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 na. I see you. Die Fetts schieben heute Nacht Überstunden. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, dass Feen am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in einer Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht. Die Doppelpunch. BAM! Geh mal bitte hinten ins Dunkle. Okay, kein Problem. Das war easy. Die Typen in Washington haben Wind davon bekommen, dass hier was Dickes durchkommt. Der stellvertretende Direktor gibt keine Ruhe, bis er weiß, was es ist. Hallo? Hast du mich gerade fett genannt? Und außerdem, wie kannst du das wissen? Meine Webcam ist nicht an. Oh, die Datenschutzverordnung und die Cookies habe ich auch nicht akzeptiert. Das wird helfen. Los, Leute! Macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen. Nebenan... Das Geld ist gut, aber diese Fett sind Arschlöcher. Ich hab sicher schon 100 Kisten. Ich hab eine Tröße. So müde. Es ist kein Ende. Hey, Mr. Fett. Interessant. Tja, wie mach ich denn das jetzt hier? Äh... Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja benutze knossi megafon hat knossi megafon im stream wollte eigentlich auch schon immer mal ein megafon haben aber ich glaube ich bin aus dem alter raus oh Das war's für heute. 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 Ich muss doch da die Treppe runter. Okay. Okay. Das war's für heute. Hier ist nichts. Das war's für heute. 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 Okay. Ja, stell doch noch 500 Kisten hier hin. Hier hinten. Hier hinten müssen wir ja in D drin sein, oder? Hier auch nicht. Ich hab's nur das Gefühl, von hinten kommt grad einer, ne? Oh man, jetzt reicht's. Hab sie. Hier ist der. What? Warum sind wir nicht in die Tür reingegangen? Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Warum sind wir nicht in diese Tür reingegangen? Ha. Spielelogik. Das ist die letzte. Scheiße. Verschwinden wir. Ich setze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße. Hört ihr das? Los, Tom. Gib Gas. Los. Los. Mann, Tom. Nicht gemütlich hier, oder? Entschuldigung. Ich hab grad meine Freundin geschrieben. Verdammte Scheiße doch mal. Durch das Tor. Siipi. Einbruch beim Strasen starten. Uuuuh hüiohui hi. Und unktliche Frieden in einem promisedlande nicht hin. Unkannen die überall Straßensperren. Sind sicher alle可愛 Antre Adler in der Stadt unterwegs? Ich glaube, ich habe Platz. Da ist es. Ja, wie soll ich denn von dieser scheiß... Wie soll ich von dieser Kackinsel runterkommen, wenn alles voll mit dem Sperr ist? Ja, wie soll ich denn von dieser Kackinsel runterkommen, wenn alles voll mit dem Sperr ist? Ja, wie soll ich denn von dieser Kackinsel runterkommen, wenn alles voll mit dem Sperr ist? ZAMBAAA Toll, und alles nur, weil ich mit meiner Freundin kurz geschrieben habe. Ich musste halt was klären, man. Die Zigarren will in Sicherheit. Achte auf die Straße, die Cops sind überall. Ja, fuck! Was war das denn? Toll, der Weg wäre so einfach gewesen. Vor uns ist eine Straßensperre. Finde einen anderen Weg. Sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Hier kommen sie. Ach, Mist. Ja, wir fahren einfach durch. Scheiße, einwandstraße. Fuck, LKW kaputt. Ich hab gedacht, wir sind durch. Ich hab gedacht, wir sind durch.